Triple IF erlaubt es, auf einfache Weise digitale Ressourcen zentral zu sammeln, zu verwalten, zu bearbeiten und zu analysieren. Stell dir vor, du suchst nach einem digitalisierten Werk und musst feststellen, dass Bilder und Text auf verschiedenen Portalen liegen. Oder du möchtest Bilder aus unterschiedlichen Quellen ikonografisch vergleichen. Vielleicht willst du eine Handschrift analysieren oder würdest gerne den Text aus einem Digitalisat herauskopieren. Vielleicht möchtest du deine Bildanalyse mit anderen teilen? Mit Triple IF hat sich eine internationale Gemeinschaft von Bibliotheken, Bildarchiven, Museen und Forschenden auf den Weg gemacht, um digitalisierte Bilder und Textkorpora besser für die Forschung nutzbar zu machen. Möchtest auch du lernen, wie du Triple IF nutzen kannst? Dann schau dir unser Tutorial an.